Herr Nationalrat, 1,2 Millionen Lastwagen auf der Nord-Süd-Achse jedes Jahr und von dem wissen wir, ist 60% Transit vom Ausland. Also da, wo Sie sagen, es sind etwa vielleicht ein paar, die nur einmal im Jahr in die Viertel gehen, das stimmt so nicht. Die Lastwagen, die LHV war übrigens. Wir reden von der Vignette. Aber die Lastwagen hat keine Vignette, oder? Selbstverständlich, alle Fahrzeuge müssen eine Vignette lösen. Untertitelung des ZDF, 2020